In der heutigen Kommunikationsflut von x-tausend Newslettern in jedem Postfach ist Papier etwas, das überraschen kann und somit auch Umsatz bringen kann. Grundsätzlich geht es darum, Leute auf andere Wege zu erreichen und da ist eben Papier eine Idee, wie man das machen könnte. Da spielt unsere Customer-Data-Plattform Bloomreach eine grosse Rolle, die mit Mechanismen und Tools hilft, schnell die richtigen Kunden zu selektieren. Warum es sich lohnt, ganz oldschool seinen Kunden wieder Briefe zu schreiben, siehst du in meinem Keynote.